Von meinem Upper Campus Workshop können die Leute erwarten, dass sie ein bisschen mehr darüber erfahren, wie man Presseinformationen, Suchmaschinen optimiert aufbereitet, dass sie nicht nur von Journalisten, sondern eben auch von Google gefunden und verbreitet werden und damit einfach die Reichweite der Presseinformationen erhöhen. Das Besondere an meinem Upper Campus Workshop ist mit Sicherheit, dass wir zum einen ein bisschen Theorie machen, aber nicht zu viel und sehr viel Praxis. Das heißt, die Leute können auch selber ausprobieren, wie funktioniert das, was wir gerade erfahren haben, nämlich die eigene Presseinformation so aufzubereiten, dass sie auch über Google gefunden oder von Google gefunden wird und das ist einfach eine ganz spannende Sache. Der erste Tipp ist, Google als Herausforderung zu sehen und nicht als Gefahr. Der zweite Tipp ist, immer Spaß am Texten zu haben und neu im Gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und der dritte Tipp ist, zu mir in den Workshop zu kommen und es einfach auszuprobieren.